Ne, dieses Mal springen wir in den Reaktor erst, wenn wir die Gegner flingend schon wieder schrauben. Der ist nämlich gleich irgendwo dahinten dran wahrscheinlich. Möglicherweise. Meine wär auch gegen die Wand geflogen oder einfach gerade so weiter. Aber die KI-Rakete, die kann da auch schon mal... Was zur Hölle?! Ey, die fliegen doch bei denen viel extremere Radien, oder? Ich würde sagen, ey, das ist... Könnt ihr denn einfach mal sterben? Das war einer von dreien. Nein! Ja, ja, wir teilen sie ein. Nein, das wolle ich doch jetzt gar nicht. Ah! Ich brille das Cockpit jetzt. Hä? Moment. Äh, Splitch-Cockpit-Modus F3. So! Das muss ich wegen Style haben! Ich mach die Tür auf und die Raketen kommen mir schon entgegen. Ich hätte auch gern so einen Röntgenblick. Geil! Wer kennt den Unterschied zwischen meinen Raketen und den Raketen, der kann ich nicht gehen. Richtig, meine Explicit-Ding. Richtig, meine Explicit-Ding. Ich hab schon sterb. Ich hab schon sterb. Ich sterb. Ausgang. Was ist hier der Ausgang? Ich will die Roten Hulks unbedingt töten. Verdammt, ich hätte weiterfliegen müssen. Ach, Alt-F3 Mensch. Alt-F3 so laden! Alt-F3! F3! 3! Ja. Und so weiter. Fad, ne? Nicht gerade Nuss! Äh, ja. Schade, jetzt wollte ich mal schauen was passiert wenn wir Raketen noch hinterher fliegen. Wie tötet mich jetzt? Boom! You died! Sieger-Rinale 2 Complete! Astrid Military Depot Destroyed! Schild-Bonus 90! Energie-Bonus 2325! Hostage-Bonus 6000! Skill-Bonus 11500! Full Rescue-Bonus 12000! Total-Bonus 31.915! Total-Score 2.548.77! Yeah! PNC-Direktive CMD AKI AK573113 an MD1032 endrutet zum Neptun. PNC Hauptquartier Aerovit. Alle Minen auf den Neptun-Moden sind in Feindesand. Entfernen Sie alle infizierten Roboter und retten Sie den Gefangenen wie befohlen. Die Zerstörung des Reaktors hat weiterhin Priorität. Hätte doch einfach schreiben können an uns wie immer, du dummes Arschloch. Nein, ich muss noch mal safe. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, komm zum Schloss und mach Feierabend. Boah, ich hab so viel Waffe-Energie. Ich wünsch jetzt nur die Shit-Energie. Ah, ich häng, ich häng mal wieder an der Wand. Oh Gott! Hä? Hä? Was wird da eben so schwer verrundet? Ach so, da unten drin. Getarnt! Oh, weck mich. Oh Gott! Neptun Storage Debo. Level 22 von noch, äh, 6 Level kommen jetzt noch. Ja, also Level 24 kommen die dritte und letzte Geheimwelt. Und dann Level 27 die letzte Mission. Und Level 26 habe ich schon mal gespielt mit Delfin? Delfinio? Und die ist richtig lustig. Nicht! Gibt ja nichts. Egal! Ich hab'n 50 Leben. Jetzt, ich möchte aborten. Aborten. Aborten, ja. Keine Ahnung, was ich damit jetzt andeuten will. Aber ich will's auf jeden Fall. Egal! Das reicht für heut. Das reicht für heute. Ich mach' jetzt Feierabend und geh' in meinen Buker. Ja, ich mach' besser Schluss, bevor ich noch irgendwelche Scheiße erzähle. Und? Dann kommst du über eineinhalb Stunden zu spät. Ja, egal. Ich sag' auf Wiedersehen!